Willkommen zu einem kleinen Infovideo. Und zwar hatte ich ja zwei Wochen Urlaub und ich habe mir in den zwei Wochen Urlaub ein paar Gedanken gemacht, was YouTube und so angeht. Und ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich bin so schön hier draußen und dachte mir, ja, warum nicht jetzt hier ein kleines Infovideo aufnehmen. Und euch hier mal die lustige Landschaft hier oben zu zeigen, hier im Rheinland. Ist ja echt geil, kann man es hinten sehen, die Industrie, yeah, oder? Kann man es sehen? Ja, irgendwie da. Yeah, Industrie, geil. Beste Luft hier. Egal, kommen wir direkt zum Thema. Und zwar wird sich der Sendeplan auf YouTube, der ändert sich ein bisschen. Und zwar gibt es da jetzt nur noch dienstags, WoW Battlegrounds oder Arena, nicht mehr Dienstag und Freitag, nur noch Dienstag. Dann der Mittwoch, bleibt bei der Ironman Challenge. Donnerstag, da wird sich was ändern. Und zwar Mad Maxx werde ich abbrechen, weil es dauert immer viel zu lange, bis man da eine Hauptmission abgeschlossen hat. Und dann ist das Video immer zu groß und es dauert einfach viel zu lange, bis das hochgeladen ist bei mir. Und es hat auch nicht so viele Views. Von daher frustriert es mich jedes Mal, wenn ich da ein Video aufnehme und ich weiß, da guckt es vielleicht eine Person oder gar keine. Das war jetzt zumindest in den letzten beiden Folgen so. Und da habe ich mir jetzt gedacht, das breche ich ab. Und bringe euch stattdessen wieder Counter-Strike, den Wettkampfmodus zurück. Weil ich habe mich auf Rang 3 hochgeprügelt und habe richtig Bock auf Counter-Strike. Und ich bringe wieder Counter-Strike Donnerstags, den Wettkampfmodus. Und ja, ich freue mich schon darauf, wieder hart gefarmt zu werden. So muss ich mal so zu sagen. Dann der Freitag. Freitag kommt schon die Level-Reihe. Und zwar eine, ein oder zwei Folgen. Ich weiß noch nicht, je nachdem wie lustig ich bin, werde ich ein, eine oder zwei Folgen hochladen. Mal gucken. Vielleicht auch immer zwei. Mal gucken, ich weiß es noch nicht ganz. Ist auch egal. Dann der Samstag, da ändert sich auch was. Und zwar werde ich da nur spontan Videos hochladen. Weil ich habe momentan einfach zu wenig Zeit, Videos aufzunehmen. Von daher gibt es samstags so spontan Videos, keine Ahnung. Wenn ich mit Freunden irgendwie was zusammenzocke, wie den Zombie-Modus in Call of Duty oder was auch immer. Mal sowas halt. Einfach mal so ein paar spontane Videos oder, keine Ahnung, so alte Klassiker, die ich einfach mal zocken wollte. Wie Stronghold. Einfach mal eine Folge hochladen. Sowas halt. Also sowas Gammeliges eben. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Das war dann halt das kurze Infovideo. Ja. Da wisst ihr Bescheid mit dem Sendeplan jetzt. Von daher. Ja. Sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao.